Weiter geht's mit unserem zweiten Teil. Wie angekündigt benötigen wir einen Stuhl als Hilfsmittel, später noch eine Matte. Achte bitte darauf, dass dein Stuhl fest auf dem Boden steht, dass er nicht wegrutschen kann. Nicht, dass wir uns da verletzen. So, wir stellen uns als erstes mit unserem Rücken zum Stuhl. Stellen eine Fußspitze hinten auf. Halten uns gerade. Komm langsam. Tief und hoch. Tief und hoch. Komm, tief und hoch. Komm so tief wie du kannst. Tief runter und hoch. Tief und hoch. Vier Stück noch. Tief und hoch. Noch drei. Zwei noch. Letzter. Okay, locker. Beinwechsel. Stabiler Stand. Auch hier gehen wir wieder langsam tief, falls ich gerade Bauch angespannt. Komm, tief und hoch. Tief und ab. Tief. Hoch. Komm, so tief wie du kannst. Lass den Fuß hinten locker liegen. Acht mehr. Acht mehr. Sechs noch. Fünf. Die letzten. Vier. Noch drei. Zwei mehr. Letztes Mal tief. Komm. Sehr schön. Locker aus. Du darfst dich setzen. Einen Moment setzen. Die Füße ungefähr hüftbreit vorne geöffnet. So, mit Sitzen war es. Das war jetzt aber auch schon. Wir kommen hoch. Kick. Tippen den Popo kurz an. Setzt uns also nicht mehr ab. Tief. Kick. Tief. Kick. Kick. Nur antippen. Tief. Kick. Tief. Kick. 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 Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei noch. Und setzen. Locker deine Beine. Das machen wir gleich nochmal. Schieben eine Runde für unsere Arme dazwischen. Stütz dich ab. Popo weg. Es geht. Tief. Und hoch. Kommt. Tief. Und hoch. Höhen des Trizeps. Tief. Hoch. Tief. Und ab. Kommt. Achtmal mehr. Sieben. Sechs mehr. Noch fünf. Die letzte. Vier. Drei noch. Zwei mehr. Letztes Mal. Absetzen. Absetzen. Auslockern. So, wir machen wieder Startklappen. Aufstehen und Kick. Denkt dran hinten nur antippen den Popo. Nicht hinsetzen. Settler. Noch vier. Drei. Zwei. Kommt. Hoch. Hoch. Antippen hin. Hoch. 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 Hopp. Zack. Antippen. Zack. Spann den Bauch an. Halt dich gerade. Zack. Die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei. Zwei noch. Sehr schön. Hinsetzen. Beine lockern. Runde zwei für unsere Arme. Schultern zurück. Bauch fest. Popo lösen. Es geht auf zwei. Drei. Kommt. Tief. Und hoch. Tief. Langsam. Und ab. Tief. Hoch. Acht Stück noch. Sieben. Sechs. Fünf. Die letzten. Vier. Drei mehr. Zwei noch. Letzte Mal. Und lösen. Auslockern. Arme lockern. Schultern lockern. Steh auf. Drehe dich mit dem Gesicht zu deinem Stuhl. Stürz dich vorne auf den Stuhl auf. Schau, dass deine Hände unter deinem Schultergelenk sind. Die Beine schön lang. Bauch angespannt. Wir ziehen. Gerade die Knie rein. Bauch fest. Rand ziehen. Rand ziehen. Komm. Acht mehr. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei. Zwei noch. Halten. Füße ein bisschen weiter auseinander. Wir kommen hier schief. Komm. Schief. Und hoch. Lass die Arme eng am Körper. Vier mal mehr. Drei noch. Zwei mehr. Letztes Mal. Und einmal kurz. Auslockern. Auch davon gibt es noch Runde zwei. Etwas anders. Gleiche Ausgangsposition. Stütz dich ab. Hände unterm Schultergürtel. Beine lang. So. Wir ziehen diesmal unsere Knie diagonal. Richtung Ellenbogen. Zieh. 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 Dreh dich ein bisschen ein dabei. Zieh. Zieh. Spann den Bauch an. Lass den Popo tief. Spannung in die Schulter. Zieh ran. Komm. Auch hier noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei noch. Halt in der Mitte. Zieh so ein bisschen weiter. Wir kommen tief. Langsam. Hoch. Komm. Tief. Hoch. Vier Stück nur noch. Drei. Die letzten zwei. Einer noch. Und lockern. Sehr gut. Locker aber nochmal deine Arme aus. Bevor wir unsere Matte holen, machen wir noch eine Runde, die uns ein bisschen den Puls nach oben treibt. Ausgangsposition ist im Prinzip die gleiche wie gerade. Stütz dich ab. Hände unter den Schultern. So, wir ziehen schnell die Knie. Ran. Ran. Zieh, zieh, zieh. Komm. Weiter machen. Durchhalten. Weiter. Ran machen. Ran ziehen. Laufen, laufen, laufen. Laufen. Die letzten vier. Drei. Zwei noch. Und halten. Halten. Spannung in den Bauch. Atme tief. Auch hier noch vier. Drei. Zwei noch. Und lösen. Auslockern. So, wir brauchen unsere Matte. Platziere dir deine Matte vor deinem Stuhl. Stell den Stuhl gerne auch ein bisschen unten drauf, dann rutscht dir beides nicht weg. Setz dich nah an den Stuhl ran. Leg dich dann ab und stell die Fersen oben ab. Rutsch dann ruhig noch ein Stückchen näher mit dem Popo zum Stuhl. Fersen sind oben auf der Kante, auf der Sitzfläche. Wir liegen flach auf dem Rücken. Arme locker neben den Körper. So, löse ein bisschen den Popo. Hoch, es geht langsam. Hoch, hoch, tief, tief. Schau beim Hochkommen das zu maximal, bis du deinen Schulterblättern gehst. Oben liegen wir auf den Schulterblättern, nicht auf dem Hals. Wenn du oben bist, spann deine Po-Backen zusammen. Mehr als unten. Oben zusammenkneifen. Kopf, hoch, tief, hoch. Möglichst große Bewegung. Achtmal mehr. Sieben. Noch sechs. Fünf. Die letzten vier. Drei mehr. Zwei noch. Letzter. Halte so auf halber Höhe. Halte. Drück mal deine Fersen richtig feste von oben auf deinen Stuhl. Drücken und halten. Spür die Spannung in der Oberschenkelrückseite. Spann den Bauch an. Halte. Noch vier. Drei. Zwei noch. Und einmal kurz. Ablegen. Locker die Beine aus. Runde zwei. Rechter Fuß bleibt auf dem Step. Linken Fuß heben wir an. Das Bein muss gar nicht ganz bestreckt sein. Nur nach oben zeigen. Popo hoch. Ganze mit einem Bein. Langsames Tempel. Kopf. Schieb. Hoch. Wenn du merkst, oh mein Gott, das ist zu schwierig, setz das Bein wieder ab. Bleib bei den beiden Beinen. Mach weiter. Noch vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Sehr schön. Absetzen. Absetzen. Auslockern. Rechtes Bein vor allem auslockern. Okay. Links machen wir natürlich auch noch. Startklar. Rechtes Bein hoch. Popo hoch. Okay. Komm. Hoch. Hoch. Schieb. Schieb. Hoch. Und schieb. Hoch. Schieb. Auch hier sind es nur noch. Vier Stück. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Hoch. Und absetzen. Auslockern. Entspann deine Beine ein bisschen. Atme mal tief durch. So. Nimm die Füße vom Stuhl runter. Klemm die von außen. Richte dich an die Stuhlbeine. Stell die Fersen auf. Und halt dich wirklich an dem Stuhl fest. Versuch die Beine so ein bisschen zusammen zu drücken. Oberkörper lösen. Kurze. Hier. Mach spür Spannung in der Innenseite deiner Oberschenkel durchs Drücken. Kleine kurze. Vier noch. Drei. Zwei. Halte. Halte. Wir rollen uns nach oben auf. Komm. Vier. Drei. Zwei. Komm. Schieb. Drück immer noch die Füße zusammen. Die Beine. Hoch. Das hilft ein bisschen beim Hochkommen. Schieb. Und nochmal. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Das machen wir noch viermal. Die letzte. Vier. Setz dich oben gerade hin. Komm tief. Drei Mal noch. Die letzten zwei. Drück immer noch die Beine zusammen. Letzte Wiederholung. Hoch. Und schieb. Gut. Leg ab. Leg die Beine ruhig noch bei oben ab. Locker mal ein bisschen aus. Beine. Schieb durchatmen. Gut. Nimm die Füße vom Stuhl runter. Dreh dich über die Seite. Richte dich langsam auf. Gut. Das war unser zweiter Teil. Hol dir was zu trinken. Und dann geht's gleich weiter auf der Matte. Das war unser zweiter Teil. genes. Oder disturb es zu trinken. Das war unser zweiter Teil. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's dann weiter. Und dann geht's. Und dann geht's nachher donde os so geht before. Und dann geht's. Und dann geht's, dann das Haus coast聊 Armut Mafia. Vielen Dank.